Das Krokodil und sein Nilpferd. Liebe Zuschauer, ich bin ganz sicher, Sie kennen und lieben die beiden, die Haudegen, die diesmal ihre Schlagkraft in Afrika beweisen. Denn das gutmütige Krokodil ist Terence Hill und sein Nilpferd, wie könnte es anders sein, Bad Spencer. Getrennt marschieren sie immer neuen Abenteuern entgegen, um am Ende die Großvildjäger und hinterlistigen Bodenspekulanten gemeinsam zu schlagen. Und das ist ganz wörtlich gemeint. Viel Spaß also mit Bad Spencer und Terence Hill. Dieser Film ist mit Videotextuntertiteln versehen. Bitte wählen Sie Tafel 150.